Sie wollen ihre Stadt nicht den Neonazis überlassen. Schon zum zweiten Mal antworten die Ostritzer auf ein Neonazi-Festival mit einem Friedensfest und feiern drei Tage lang auf dem Marktplatz. Wir wollen denen nicht hier den Marktplatz, wir wollen denen nicht die Stadt Ostritz überlassen. Wir wollen zeigen, dass es andere Menschen gibt, die hier Gesicht zeigen. Ich finde das toll, dass wir hier Leute haben, die sowas organisieren. Denn dem Ganzen müssen wir ja was entgegensetzen. Und wir wollen heute richtig feiern. Am späten Nachmittag wurde das Friedensfest eröffnet mit einer klaren Botschaft des sächsischen Ministerpräsidenten. Das Wichtige ist, dass wir den Kampf gegen den Extremismus aus der Mitte der Gesellschaft für etwas führen, für Demokratie, für Meinungsfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit und genau das passiert hier in Ostritz. Zur gleichen Zeit ein paar hundert Meter entfernt. Das sogenannte Schild-und-Schwert-Festival auf dem Privatgelände eines hessischen Hotelbetreibers. Erwartet werden wieder bis zu 1000 Neonazis. Die Polizei ist zwar mit vielen Hundertschaften gut aufgestellt, doch die Bürgermeisterin von Ostritz wünscht sich mehr Unterstützung von der Politik und stellt das Versammlungsrecht für Rechte in Frage. Diesen Kampf, der jetzt auf den Straßen ausgetragen wird, der kann nicht nur einzig und allein auf dem Rücken einer couragierten Zivilgesellschaft passieren. Also da ist schon auch der Staat mit im Boot. Und wenn wir nicht wollen, dass sich diese rechtsextremen Strukturen hier verwurzeln, dann muss man ein klares Nein sagen mit allen Konsequenzen. Derzeit scheint es, dass deutlich weniger Neonazis anreißen als beim letzten Mal. Vielleicht schon das ein kleiner Erfolg.